Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen zu dieser Predigt und mir liegt ein Thema auf dem Herzen, das ich mit euch gerne teilen möchte, das mir der Herr selber in den letzten Wochen und Monaten auf verschiedene Art und Weise wichtig gemacht hat. Und zwar soll es heute um den Zerbruch im Leben eines Christen gehen. Ich möchte gerne mit einer Begebenheit starten, die uns schon mitten in das Thema hineinführt, die das eigentlich recht deutlich macht. Zu Dr. Scroggie kam einmal eine junge Frau in die Seelsorge und sie bekannte ihm, Ich habe Angst, mich dem Herrn völlig hinzugeben. Angst, was er dann von mir verlangt, wenn ich mich ihm ganz hingebe. Ich denke, diese Gedanken kennt jeder Christ. Wir haben manchmal Angst, was wird Gott aus mir machen, wenn ich mich völlig ihm zur Verfügung stelle. Und Dr. Scroggie macht es dieser jungen Frau nicht leicht. Er erinnerte sie an die Begebenheit aus der Apostelgeschichte, wo uns berichtet wird, dass Petrus eines Tages in Joppe ist, dort auf das Dach eines Hauses geht und in Verzückung gerät. Und dort sieht er dreimal, wie ein Leinentuch herunterkommt. Da sind verschiedene Tiere drin und eine Stimme. Gott spricht zu Petrus und sagt, Petrus, schlachte und iss. Nun war es aber so, dass diese Tiere in diesem Leinentuch alles Tiere waren, die von der jüdischen Tradition, von dem mosaischen Gesetz her für Petrus verboten waren zu essen. Und Gott sagte, Petrus, schlachte und iss. Und dreimal sagt Petrus zu Gott, nein, Herr, das kann ich nicht. Nein, Herr, das darf ich nicht. Das geht nicht. Und Dr. Scroggie sagte zu dieser jungen Frau damals, schau, man kann Nein sagen oder man kann Ja sagen, aber nein, Herr, das funktioniert nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Das kann man nicht sagen. Und er sagte ihr, gehen Sie jetzt in dieses Nebenzimmer. Sie nehmen meine Bibel mit, einen Stift und überlegen Sie, welches Wort Sie wegstreichen wollen. Entweder Sie streichen Nein weg oder Sie streichen Herr weg. Und nach einer Zeit kam diese junge Frau wieder zurück, leise weinend. Und Dr. Scroggie schaute ihr über die Schulter und das Wort Nein war durchgestrichen. Sie hatte sich durchgerungen, Ja, Herr zu sagen. Ich möchte dir die Frage stellen, welches Wort wäre in diesem Fall bei dir durchgestrichen gewesen? Ich möchte gerne zu diesem Thema einen Leitvers zitieren aus Galater 2, Vers 20. Das ist ein ganz bekannter Vers, den Paulus einmal gesagt hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus spricht in diesem Vers über seinen Zustand in Christus. Weil Christus für ihn gestorben ist und ihm dieser Tod zugerechnet wird, rechtlich, zählt er sich auch für tot. Aber bei Paulus war das nicht einfach so eine theologisch-theoretische Sache, der er zugestimmt hat, sondern er war innerlich davon überzeugt und wollte, dass das in seinem Leben Wirklichkeit ist. Und er stimmte dem zu und ließ sein Leben für Christus sterben, damit Christus in seinem Leben wirklich zum Vorschein kommen konnte. Er sagte so viel wie, ich lebe zwar körperlich noch, aber das eigentliche Leben, die Triebkraft in meinem Leben, das ist Christus in mir. Er lebt da drin als ganz neue Person und er gab sich für mich hin. Und jetzt ist es nur konsequent und logisch, dass auch ich mich für Christus voll hingebe. Ihr Lieben, dieser Vers, wenn wir ihn richtig verstehen, beinhaltet eigentlich das ganze Geheimnis eines echten und unverkrampften Christenlebens. Eines Lebens voller göttlicher Kraft, wo wir nicht aus eigener Kraft versuchen, irgendwie gut zu sein. Wo wir die Kraft Gottes als Sieg verspüren über die Sünde. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass wir uns über dieses Thema Gedanken machen. Der Zerbruch im Leben eines Christen. Gott möchte in unserem Leben die Kraft sein. Eine Kraft, die alles verändert. Und deswegen wollen wir über dieses Thema nachdenken. Was soll denn eigentlich zerbrechen bei uns? Zerbrechen soll unser Eigenleben. Dass noch so oft dieser Kraft Gottes im Wege steht. Damit Christus in uns Raum gewinnt und sein Leben in uns leben kann. Und ich möchte dieses Thema jetzt gerne in drei Punkten entfalten. Und der erste Punkt heißt, was gottgewollter Zerbruch bedeutet und was nicht. Vielleicht denken einige bei diesem Thema Zerbruch an einen Menschen, der so ohne Meinung durch das Leben geht. Gebrochen, der so langweilig ist und nie mal so richtig deutlich werden kann, wo es mal nötig ist. Von diesen, über so einen Menschen spreche ich nicht. Beim Zerbruch, beim gottgewollten Zerbruch geht es im Grunde genommen um zwei Sachen. Das erste ist, Gott möchte, dass wir erkennen und akzeptieren, dass in mir wirklich nichts Gutes wohnt. Und ich vor Gott nichts aufzuweisen habe und nur aus der Gnade lebe. Ich möchte diesen Satz nochmal wiederholen. Zu erkennen und zu akzeptieren, dass in mir wirklich nichts Gutes wohnt. Und ich vor Gott nichts aufzuweisen habe und nur aus der Gnade lebe. Das heißt, Zerbruch bedeutet, dass mein Ich, mein hohes Denken von mir, meine selbstsichere Art, die soll zerbrechen. Und ich glaube, das meinte Jesus, wenn er in der Bergpredigt sagte, selig sind die geistlich Armen. Das sind die Menschen, die erkennen, dass sie selbst vor Gott nichts zu bringen haben und die vor Gott zerbrechen und in denen Gott etwas Neues hineinlegen kann. Von einem schwäbischen Bauer wird erzählt, der nicht ein Theologe war, nicht ein Theoretiker, der sehr praktisch seine Erkenntnisse weitergab, dass er einmal gesagt hat, er hat wohl seine Tiere beobachtet und in seiner praktischen Art sagt er, Gott erzieht seine Leute wie ein Kuhschwanz wächst, nämlich von oben nach unten. Das war so seine Art, wie er das verstanden hat, aber genau das ist es. Gott erzieht seine Leute von oben nach unten, nicht andersrum. Nicht, wenn wir im Glauben weiterkommen, kommen wir immer höher und können immer mehr auf unsere Schulter klopfen, sondern wir erkennen, wenn wir im Glauben weiterkommen, immer mehr unsere Abhängigkeit vor Gott. Und das sieht man auch sehr schön im Leben von dem Apostel Paulus. Als Paulus als junger Mensch geboren wurde und anfing Karriere zu machen, dann hatte er alle guten Aussichten vor sich. Seine Eltern hatten ihn Saul genannt, in Anlehnung an den großen ersten König und wahrscheinlich sollte ihr Sohn etwas ganz Großes werden. Sie schickten ihn zu Gamaliel in die Ausbildung und Paulus hatte eine steile Karriere vor sich. Aber dann, auf dem Weg nach Damaskus, da begegnete er Jesus und da musste er buchstäblich runter von dem Hohen Ross. Er fiel auf seine Knie und sagte, Herr, was willst du? Er war Jesus begegnet und merkte plötzlich, vor diesem Herrn kann ich nur auf die Knie gehen. Und er bekehrte sich. Aber damit war Gott noch nicht fertig im Leben von Paulus. Wir sehen, wie Gott nach und nach an Paulus gearbeitet hat. Als Paulus anfing zu predigen, nachdem er sich bekehrt hatte, sehen wir, wie scheinbar sein eigenartiges oder sein hohes Ich doch noch irgendwo durchkam. Überall gab es Unruhen. Es gab Morddrohungen und scheinbar war da noch etwas von dieser überzeugten, ich überzeugten Art von Paulus da, die auch so ein wenig Schaden angerichtet hat. Und Paulus musste überall fliehen und dann musste Gott ihn beiseite nehmen. Und Paulus berichtet das an einer Stelle, wie er jahrelang in der Wüste war, wie Gott ihm Offenbarungen gegeben hat. Und dann tritt er nach einer längeren Zeit erst wieder in den Dienst, in den öffentlichen Dienst. Und wir sehen in der Schrift, wie Paulus sich selbst nach und nach gesehen hat, wie er immer weiter nach unten in seiner eigenen Sicht gerutscht ist. Im ersten Korintherbrief am Ende sagt Paulus, denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Obwohl wir ja wissen, dass Paulus der Apostel war, der am meisten gearbeitet hat, der am meisten gelitten hat, sah er sich selber als der Geringste der Apostel. Er hatte die Gemeinde verfolgt, das wurde ihm so bewusst. Und einige Zeit später schreibt Paulus im Epheserbrief, und da sehen wir, wie Gott noch weiter an ihm gearbeitet hat, im Kapitel 3, da nennt er sich mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Erst hatte er gesagt, ich bin der Geringste der Apostel. Hier nennt er sich den Geringsten aller Heiligen. Und das war nicht so eine Floskel, sondern Gott hatte ihm die Augen geöffnet und gezeigt, Paulus, schau, von welch einer Tiefe ich dich gerettet habe. Paulus ist gewachsen von oben nach unten. Also erstens bedeutet der Zerbruch, dass wir uns selbst erkennen und dass wir vor Gott nichts zu bringen haben, sondern nur aus der Gnade leben. Zweitens bedeutet der gottgewollte Zerbruch, und das ist die Folge dieser Erkenntnis, dass ich mich diesem Herrn völlig mit Haut und Haaren ausliefere, dass ich seine Herrschaft für mein Leben als gut akzeptiere und alles, was mir begegnet, aus seiner Hand nehme. Das ist uns Hiob ein großes Beispiel, wie er das gemacht hat. Und dass ich auch seinen Willen, den Willen Gottes, in meinem Leben suche und allein seine Ehre. Und da schauen wir nochmal auf Jesus. Er, der Gott war, erniedrigte sich und wurde Mensch. Und dann sehen wir ihn eines Tages, in einer Situation, in einem Garten, verlassen von seinen Freunden, kniet er und schwitzt, weil er sich durchringen muss, weil er in dieser Situation steht, soll ich den Willen des Vaters tun oder nicht? Soll ich ans Kreuz gehen oder nicht? Und er als Sohn lernte, was es heißt, seinen Willen unter den Willen Gottes zu stellen. Das ist der gottgewollte Zerbruch, den Gott in deinem und in meinem Leben bewirken möchte. Mein zweiter Punkt, der Predigt heißt, hast du dein Leben an Christus schon verloren? Ist Christus dein Herr? Lebst du in diesem Zerbruch, dass er die volle Herrschaft hat und dass du akzeptierst, dass du von dir aus nichts vor Gott bringen kannst? Vielleicht hast du diesen Zerbruch ein Stück weit bei deiner Bekehrung erlebt. Aber ich frage dich, wo stehst du jetzt in der Beziehung mit dem Herrn? Kannst du mit Paulus zusammen sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir? Und an dieser Stelle möchte ich gerne einen kurzen Cut machen. Ich habe einen Selbsttest vorbereitet. Den werden gleich die Hausgemeindenleiter mit einem Stift an jeden persönlich verteilen. Ich werde einige Zeit eine Musik spielen lassen. Ich werde euch ganz persönlich mit diesem Zettel, mit diesem Selbsttest zu beschäftigen. Und ich bitte euch, dass ihr wirklich in euch geht, dass ihr dafür betet, dass der Herr euch die Augen öffnet und dass ihr diese Punkte einmal konsequent durchgeht. Prüft euch mal, wo ihr steht beim Zerbruch mit dem Herrn. Und nehmt diese Zeit. Und wenn die Musik dann aufhört, dann werden wir weitermachen mit der Predigt. Und wenn die Musik dann aufhört, dann werden wir weitermachen mit dem Herrn. Und wenn die Musik dann aufhört, dann werden wir weitermachen mit dem Herrn. Und wenn die Musik dann aufhört, dann werden wir weitermachen mit dem Herrn. Und wenn die Musik dann aufhört, dann werden wir weitermachen mit dem Herrn. Und wenn der Herr sich dann aufhört, dann werden wir weitermachen mit dem Herrn. Amen. 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 Liebe Geschwister, ich hoffe, dieser Selbsttest konnte euch helfen, euch ein wenig selber einzuschätzen. Und ich bitte euch, dass ihr diesen Zettel einfach auch mit nach Hause nehmt. Vielleicht ist der eine oder andere Punkt durchaus noch überdenkbar. Vielleicht wollt ihr euch noch mehr Zeit nehmen im Gebet vor Gott, diese Dinge zu prüfen. und denkt darüber nach. Vielleicht braucht es auch noch etwas Zeit, über gewisse Dinge klar zu werden. Ich möchte jetzt mit dem dritten Punkt der Predigt abschließen. Und zwar möchte ich zeigen, wie der Weg zu einem gottgewollten Zerbruch da ist. Vielleicht hast du gesehen, dass an manchen Punkten in deinem Leben dieser Zerbruch und diese Hingabe zu Gott noch nicht wirklich da ist. Aber wie kommt man zu so einer Haltung? Der erste Schritt ist, um wirklich in einem Zerbruch vor Gott zu leben, bete eine Zeit lang um Zerbruch. Und liebe Geschwister, ich sage euch, dieses Gebet erhört Gott immer. Das erhört Gott ganz bestimmt. Und wappne dich, auch wenn du dieses Gebet betest. Das tut weh. Gott öffnet wirklich die Augen und erhört dieses Gebet und er wird dir zeigen, wo du stehst. Bete eine Zeit lang dafür. Gott wird das auf jeden Fall erhören. Und wenn Gott dir dann Dinge aufzeigt, zeigt, die noch nicht, die noch zu deinem Eigenleben gehören, das ist der zweite Schritt, dann tue über diese Dinge Buße. Schiebe sie nicht einfach beiseite oder finde irgendwelche Erklärungen, sondern tu darüber Buße. Und Buße meine ich nicht in einem katholischen Sinn, wo wir irgendwelche Bußübungen machen, sondern Buße vom Wortsinn her bedeutet eigentlich umdenken. Dass wir in uns gehen, dass wir diese Sache wirklich erkennen, dass es eine Sünde ist, dass es eine falsche Haltung ist, die Christus nicht Ehre bereitet. Und dass wir uns ins Gebet gehen und diese Sache vor Gott bekennen und bereuen und wirklich dem Herrn bitten, dass er diesen Raum, der noch zu unserem Eigenleben bis jetzt gehörte, dass er ihn jetzt einnimmt und dass nur er die Herrschaft übernimmt. Bekenne diese Dinge, die Gott dir zeigt, auch eventuell Menschen, wenn sie irgendwo Schaden gebracht haben bei Menschen. und erzähle auch anderen einfach von dem, was Gott getan hat in deinem Leben, wo er dir die Augen geöffnet hat. Vielleicht hast du es gar nicht nötig, einem Menschen irgendeine Sünde zu bekennen, aber ich habe von anderen Gottesmännern auch gehört, dass sie das hin und wieder praktiziert haben, dass wenn sie eine Sache in ihrem Leben entdeckt haben, die gegen Gott steht, dass sie die mit Gott geklärt haben und das Verhältnis war natürlich sofort mit Gott in Ordnung, aber sie haben trotzdem das Bedürfnis gehabt, mal mit einem Seelsorger, mit einem Bruder, mit einer Schwester, dem sie vertrauten, einfach über diese Sache zu reden und das ihr zu bekennen, um sich selbst zu demütigen und zu zeigen, hier habe ich Schwachstellen und hier möchte ich als zerbrochener Mensch leben und möchte das offen bekennen, wer ich eigentlich bin. Vielleicht legt ihr das Gott hier und da auch auf dem Herzen. Lasst uns in diesen Zerbruch hineingehen, der furchtbar sein wird. Das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, um in diesem Zerbruch zu leben, ist, liefere dich jeden Tag Gott aus. Das könnte sein mit einem Gebet wie diesem. Herr Jesus, dieser Tag gehört dir. Mir ist bewusst, dass ich heute total abhängig von dir bin. Wenn heute irgendetwas Fruchtbares geschehen soll, musst du es in mir bewirken. Hier sind die Dinge, die ich für heute geplant habe, aber du darfst auch meine Pläne ändern. Hier sind meine Hände und Augen, meine Gefühle und Gedanken, meine Zeit und mein ganzes Sein. Mach du heute daraus, was dich ehrt und dein Reich baut. Liebe Geschwister, wenn Christus in uns Gestalt nimmt, wenn er in uns lebt und unser Eigenleben immer mehr zurücktritt, wird eine Revolution in unserem Leben passieren. Und das wünsche ich dir und mir, dass das immer mehr in unserem Leben sichtbar wird, dass wir mit Paulus sagen können, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, in allen Lebensbereichen. Amen.